Hallo, hier ist Matthias. In meiner täglichen Beratung stelle ich fest, dass viele, viele Investoren immer genau andersrum denken. Wenn wir einen Crash haben oder wenn eine Rezession da ist, da haben sie Angst und gehen aus den Märkten raus. Und immer wenn es jetzt richtig zur Sache geht, wenn die Aktien oder Aktienfonds steigen, geht man in den Markt. Man macht es also immer genau falsch rum. Ich versuche dann meinen Investoren klar zu machen, bitte nicht falsch verstehen, dass jeder Crash und jede Rezession für die Investoren, also für mich oder auch für euch, sehr gut ist. Ich zeige euch mal einen Crash-Simulator. Wie wirkt sich denn ein Crash überhaupt auf die Aktienmärkte oder auf den Aktienfonds aus? Wir machen mal ein Beispiel, dass ihr ein für alle Mal keine Angst habt vor irgendwelchen Crashs oder Rezessionen und einfach weitermacht, nachkauft. Wie gesagt, es ist keine andere Beratung in dem Sinne jetzt, aber ich zeige euch, wie gesagt, diesen Simulator und wünsche Ihnen damit viel Spaß. Und vor allen Dingen, wenn es Ihnen gefällt, das Video, bitte abonniert den Kanal unter diesem Video und macht einfach einen Daumen nach oben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis gleich. Es gibt die Investoren und es gibt die Sparer. Das heißt, die Sparer, die sparen ihr Geld auf dem Sparbuch oder an Kepitalgeldkonto, das betrachten wir jetzt nicht. Oder Investoren. Ich stelle jetzt mal die Behauptung auf, bitte nicht falsch verstehen, hier geht es nur um Rendite. Das beweisen wir auch gleich, dass jede Rezession, jede Krise, die wir in Deutschland oder auch weltweit haben, zum Beispiel Corona-Krise, die in den letzten Jahren waren, 2020 oder Kuba-Krise, das ist schon lange, lange her oder irgendwelche Krisen, Wirtschaftskrise, Inflationskrise, alles Mögliche, was auf der Welt passiert, bringt uns Sparer negative Einnahmen und immer mehr. Ja, aber die Investoren partizipieren davon. Ja, wie kommt denn das? Ich zeige euch jetzt mal, was ich meine. Wir rechnen mal ein Beispiel. Wir sparen, nehmen wir mal die 100 Euro an, hier im Monat, ist ja nur ein Beispiel, und Laufzeit 30 Jahre, 20 Jahre, diese 30 Jahre, der Mann sagt, er möchte was für seine Altersversorgung tun, was tut er, er kommt ja hier ran an das Kapital, aber er möchte ja wissen, was nach 30 Jahren bei einer Rendite, wir gehen mal aus, bei so einer langen Laufzeit können wir ruhig mal, dann machen wir mal 7%, wir wollen immer nicht so hoch greifen. Das ist also eine Rendite, 100 Euro im Monat sparen, 30 Jahre Laufzeit, 7% Wertentwicklung ist auf jeden Fall sehr höchst, und bei so einer langen Laufzeit, aber lassen wir es mal stehen, und das ist, er zahlt also 36.000 Euro ein, ganz normal, und gewinnt dadurch jetzt 85.000 Euro, dann die 7% auf seiner Einzahlung. Jetzt kommt, er fängt also erst, wir gehen aber aus, er fängt jetzt an. Wir haben jetzt 2022, Ende 2022, und das Ding läuft jetzt 2 Jahre, und es steigt mal ganz schön, nehmen wir mal, es steigt auch mal schön, das ist die normale Entwicklung, das heißt, wenn dann die Aktie steigt hier, bei so einer Laufzeit, geht es dann Rendite ein bisschen runter. Komisch, ne? Das heißt, die nächste Krise kommt ja garantiert, wir haben ja mehrere Krisen hinter uns, wir lassen jetzt mal eine Krise einschlagen, von 30% geht es richtig runter, so richtig kracht es sich da runter, die Welt geht fast runter. Die Weltstimmung ist da, die Leute reißen aus, gehen aus ihren Fonds raus, weil sie Angst haben. Was macht der kluge Investor? Er bleibt ja drinnen. Das heißt, mit dieser Rezeption, dieses Abflachen von diesem Wert, um ca. 20-30% von 159 Aktienwert auf 61 Euro, da kann das ja fast 100% runter, geht auf einmal, komischerweise, Betracht von das Wort, habe ich einen Mehrertrag von 3.953 Euro. So, ja, und automatisch wächst natürlich die Rendite. So, dann läuft mal 2-3 Jahre das Ganze mal weiter, das wird erholt sich wieder, läuft wieder die 7% weiter und wir haben dann die nächste Krise. Ja, Ölkrise, Goldkrise, egal wie wir sie jetzt nennen, und komischerweise, es ist wieder runtergeflacht von 150 Euro, wieder auf 71, also richtig gekracht. Was passiert? Es steigt der Mehrertrag. Wenn jetzt nichts passiert, wenn der normale Weiterlaufen würde, erreicht sie mal 5% und meistens verläuft es ja nicht so, gradlich, ne? Jetzt gibt es halt mehrere Krise, oder auch mal richtiges Auf und Ab, mal richtige Steigerung, ne? Das heißt, 11.000 Euro. Jetzt läuft es ja mal so richtig ganz gut, nochmal 7% und wir haben auch ein richtiges Börsenjahr, gehen wir wieder richtig hoch, was macht's? Es geht wieder runter, ne, Gewinn, weil, ich erkläre euch das schon, warum das so ist. Also, es geht so richtig von 183, oh, so eine richtige Steigerung, ein richtiges Börsenjahr, siehst du, Rendite fällt ein bisschen und das Ergebnis ist so wieder, naja, ein bisschen runtergehalten, sich wieder ein bisschen normalisiert. Und dann kommt wieder mal so, ich sag's mal, ein bescheidenes Jahr, kracht wieder irgendwo auf der Welt, Klimakrise, ne? Geht wieder runter, alles jammert, alles, geht das in Aktien raus und die klugen Investoren was machen, die sparen ja richtig rein. Und so geht das weiter, wir machen das mal so hoch, je mehr Krisen, siehst du, desto besser geht das, je mehr Steigerung habt, desto mehr geht man, mehr Ertrag, immer auch mal runter, runter. Gehen wir jetzt wieder hier runter, wieder eine Krise, wieder mehr Geld, wieder eine Krise, wieder mehr Geld, und wieder eine Krise, mehr Geld. So, da, wieder eine Krise, und so weiter geht das. Immer je mehr Krisen wir haben, wir haben 1, 2, 3, 4 Krisen, 5, 6, 7 Krisen, vor diesen Jahren, wo es richtig von der Kracht ist, und wieder so mehrere Steigungen. Das heißt, je mehr Krise ich wirtschafte, desto mehr habe ich auch Ertrag hier auf mein Konto. Das heißt, wie kommt denn das? Das möchte ich euch dann gleich erklären, wie das kommt. Das Thema nennt sich Coast Average Effect. Ich zeige euch das, was das zu bedeuten hat. Mal ganz primitiv gesagt, also, wenn hier die Aktie fällt, die Aktien fallen, dann kaufe ich ja die Aktie nicht mehr für 332 Euro ein, sondern ich kaufe sie für 109 Euro ein. Das heißt, ich kaufe mehr Aktien. Dadurch kaufe ich immer mehr Aktien, wenn das runterfällt. Das ist der Grund, warum ich bei Krisen immer mehr Geld verdiene. Aber der Mensch an sich denkt immer, das Ganze ging da. Ich habe jetzt jahrelang Erfahrung auf dem Gebiet der Aktienfonds oder auch der anderen Fonds, die ich hier, wie gesagt, anbiete und auch favorisiere, dass natürlich der Mensch mal das Gegenteil macht. Wenn die Aktien runtergehen, haben sie alle Angst, verkaufen sie alles. Und wenn die Aktie hochgeht, springen sie alle immer zu spät drauf. Der Mensch macht immer das Gegenteil. Und ihr müsst euch daran gewöhnen, natürlich, wenn sowas passiert, keine Angst zu haben an sich. Freut euch, macht eine Flasche Sekt auf an sich, wenn eine Krise kommt. Je schlimmer das ist, desto besser. Wie gesagt, nicht falsch verstehen. Ich denke nur auf die Investoren hier. Und jetzt nicht, dass natürlich Krisen auch grausame Sachen sein können. Das ist ein anderes Thema. Aber wir haben ja das Thema, wie verdienen wir Geld langfristig? Wie partizipieren wir an den Wirtschaftsnachrichten, an den Wirtschaftsinformationen? Und wie partizipieren wir natürlich hier auch an Krisen? Und nur zum Schluss natürlich, die letzten Jahre, wenn ich sage, okay, die letzten drei, vier Jahre, dann muss ich halt dann auf mein Geldwissen aufpassen. Dann kann ich hergehen und kann meine Aktien, weil hier ist es meist mit Aktien bestückt, je längere Laufzeit habe, kann ich mir Aktien investieren, umwandeln und sage, okay, ich nehme mal die Steigerung, dieses Ganze hoch und runter bis raus und mache mal andere Sparforms, kann ich mir vorher gestalten, ein bisschen Geldmarkt mit rein, ein bisschen Rentenpapier mit rein oder auch ein paar andere Hände mit rein, dass die Schwankungen nicht mehr so groß sind. Wenn ich natürlich irgendwo das Geld komplett brauche, wenn ich es dann, also das Rentenalte erreicht habe, dass ich das rausnehmen möchte. Obwohl ich, wie gesagt, am Ende der Laufzeit ja nicht alles rausnehmen muss. Ich kann ja wieder dann anfangen und mache meinen Austauschplan und lasse einen Teil des Geldes drinnen und sprache das auch raus. Je nachdem, was man dann davon erreichen möchte. Okay, jetzt gibt es noch ein Thema, das zeige ich euch jetzt in einem kleinen weiteren Beispiel. Warum ist das so, dass das hier runtergeht? Wir kommen gleich auf das Thema zurück. Bleibt bitte bis zum Schluss dran. Cost Average Effekt. Unter dem Cost Average Effekt versteht man die Tatsache, dass ein Anleger für einen gleichbleibenden Betrag, sagen wir mal 100 Euro, bei fallenden Kursen mehr Anteile und bei steigenden Kursen weniger Anteile kaufen kann. Damit erzielt der Anleger bei einem längerfristigen Fondsparplan einen günstigeren Durchschnittspreis für seine Fondsanteile als bei einem einzelnen Kauf. Die Auswirkungen des Cost Average Effekt fallen umso stärker aus, je länger der Fondsparplan läuft und je volatiler der Kurs des Fonds ist, in die er investiert wird. Peter Lynch, Manager des Fidelity, Mariel Ladenfonds, sagte einmal, für jemanden, der regelmäßig rein investiert und einen langen Atmen hat, ist es positiv, wenn die Kursen zeitweise sinken. Spiel, 500 Euro gebe ich aus, fünf Monate jeweils und wir machen mal unterschiedliche Szenarien und gegenüber stelle ich immer ein, die Einmalnage, als wenn ich 500 Euro ausgeben will, beziehungsweise 600 Euro in manchem Beispiel und gegenüber der Cost Average Effekt als Sparplan. Komm mal an, 100 Euro, 100 Euro Wert des Anteils, bedeutet einen Anteil. Monat später geht er auf 150 Euro hoch, der Kurs, kaufe ich natürlich nur über 6 Anteile, weil ich ja der Kurs teurei kaufen muss. Dann geht er zurück auf einen Anteil bei 100 Euro, dann geht er ganz mal ganz zurück auf 50 Euro, bekomme ich zwei Anteile und dann gehe ich wieder hoch auf 100 Euro, bekommt wieder einen Anteil. Ich habe also 5,66 Anteile gekauft auf diese fünf Monate, habe dafür 500 Euro ausgegeben, jeweils 500 Euro, er kriegt einen Gewinn von 66 Euro. Einmalkauf bleibt er gleich, ich kaufe im Anfang für 100 Euro ein, fünf Euro gebe ich aus, fünf mal 100 Euro, also fünf Anteile bleiben 500 Euro und Sparplan macht hier 66 Euro Gewinn. Weiter nächstes Beispiel, die Anteilswerte geht da unten, durch irgendwelche Krisen, für die gehen wir jetzt nicht näher ein, das heißt, der erste Monat 100 Euro, ein Anteil, im zweiten Monat geht 400 Euro aus, durch Krise geht er runter auf 50 Euro, kauf ich zwei Anteile, im dritten Anteil geht er auf 25 Euro zurück, kauf ich vier Anteile, im vierten Monat kaufe ich natürlich noch mehr Anteile, acht Anteile, aber da ganz absackt, im fünften Monat steigt er wieder ein bisschen, auf 25 kaufe ich vier Anteile und im sechsten Monat steigt er auf 50 Euro, kaufe ich ja zwei Anteile. Insgesamt habe ich 21 Anteile erworben, mal 50 Euro am Ende des Wertes, ergibt ja 1050 Euro, was der Wert meiner Anteile bedeutet. Ausgegeben habe ich es 6 mal 100 Euro, ergibt es 600 Euro, ergibt also ein Gewinn von 450 Euro. Wenn ich am Anfang den Einmalkauf gemacht habe, also ich hätte 600 Euro ausgegeben, am Anfang, hier unten, die sechs Anteile bekommen, die natürlich gefallen sind, auf 50 Euro hätte ich 50% Verlust gemacht. Beim monatlichen Kauf habe ich einen schönen Gewinn gemacht. Nächstes Beispiel, bei steigenden Kosten, was soll ich jetzt daraus kommen, 100 Euro im ersten Monat, bekomme ich einen Anteil, er steigt, 100 Euro, bekomme ich 0,9 Anteile, er steigt wieder, bekomme ich 0,7, er steigt wieder, bekomme ich 0,6, er steigt wieder, 200 Euro, kostet schon 200 Euro der Anteil, kriege ich 0,5, und am Ende ist er bei 250 Euro gelandet, bekomme ich 0,3 Anteile. Wie ist da das Ergebnis? Ich habe insgesamt vier Anteile jetzt am Ende zusammengekauft, mal 250 Euro bekomme ich 1000 Euro als Ergebnis. Investiert habe ich vor 600 Euro, mache ich also einen Gewinn von 400 Euro. Wenn ich jetzt mal den Eimer kaufnehme, hätte er am Anfang ja 600 Euro ausgegeben, wenn ich 6 Anteile gekauft, wären dann natürlich am Ende 1500 Euro ausgekommen, beziehungsweise 100 Euro, 6 Anteile mal 250, Entschuldigung, hätte ich 1500 Euro bekommen, bei 6 Anteilen mal 250, und bei den Kosten der Wirtschaft, vielleicht habe ich halt, nur 1000 Euro bekommen, 4 mal 250 Euro, habe ich also nur 4 Euro Gewinn gemacht. Das machen also beide Gewinne, Cross-Average-Effekt mit dem Sparplan, einmal kaufe ich in dem Fall immer etwas höherer Gewinn, aber es kommt sehr selten vor, dass das so aussieht, meistens geht es andersrum. Die Sicherheit liegt im Cross-Average-Effekt, dass ich langfristig immer mehr Gewinne mache, weil ich alle Höhen und Tiefen mitnehme, wie bei einer Eimerlache. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, und ihr habt das richtig verstanden, euer Matthias, bis zum nächsten Mal.